An Immobilien Schönig führt kein Weg dran vorbei, wenn Sie nach Junkersdorf wollen. Und wenn Sie nach Junkersdorf kommen, auch nicht. Wenn Sie hier hereinfahren von der Autobahn, landen Sie direkt hier. Wenn Sie aus der Stadt kommen, dann fahren Sie auf das frisch renovierte Haus direkt zu. Trocken ist es schon, aber man riecht die Farbe förmlich. Noch so aufwendig ist das hier saniert worden, inklusive der Fenster. Also es ist wirklich alles wunderbar gemacht. Nur eins, hier, das ist zwar schön, aber wie oft muss ich hier klingeln? Egal, Hauptsache es macht einer auf. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, schön ist es geworden. Es ist ja alles neu. Hören Sie rein. Aber das ist mir jetzt noch geblieben. Das haben wir erhalten. Das gehört sich auch so. Bitte. Wunderbar. Komplett neu. Komplett neu. Kein Stein ist auf dem Anden geblieben. Was wir erhalten haben, ist meine Junkersdorfer Kreuzung, die Nähe zum Stadtwald und das Junkersdorfer Stadion. Und das habe ich sogar zweimal. Einmal in echt, einmal in schön. Ja, das hat ein Freund von mir gemacht, der ist Profifotograf. Und ganz echt, das gefällt mir auch selber richtig, richtig gut. Aber der macht nicht nur Kunst, der macht auch professionelle Immobilienfotografie. Und das ist für uns wichtig, damit wir unsere Immobilien vernünftig präsentieren können. Ganz wichtig. Wie Sie wissen, wir sind Familienbetrieb und hier ist jetzt das Büro meiner Schwester. Und hier gucken wir jetzt mal, was wir Ihnen zeigen können. Hier. Also, würde ich mir überlegen, die Villa anzuschauen. Das fände ich gut. Ja. Was ich vielleicht auch schön finden würde, wäre der Neubau mit den Mietwohnungen. Ja, genau das mal. Und die dritte lasse ich mir noch ein. Ja. Ja, wunderbar. Kein Wunder, dass meine Schwester empfohlen hat, dieses Haus zu zeigen. Solche Schmuckstücke gibt es in Köln ganz, ganz selten. Eine dankbare Aufgabe für jeden Immobilienmakler, zugegeben. Dieses Haus in Köln-Junkersdorf in einer guten Lage, haben wir in kurzer Zeit, innerhalb von drei Monaten, an acht glückliche Familien vermitteln können. Und jetzt kann ich Ihnen eine Wohnung auch von innen zeigen. Ich bin selber gespannt. Diese Wohnung habe ich vor zweieinhalb Jahren vermittelt und habe sie seitdem nicht gesehen. Aber, so wie es aussieht, der Kunde fühlt sich hier wohl. Gemütlich, Galerie, Terrasse. Schön geworden. Und ich wusste eigentlich schon beim Besichtigungstermin, beim ersten, die Wohnung willst du haben. Danke nochmal. Gerne. Tschüss. 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 Tschüss.